Oh nein, komm mal dein. Nein. Den kennst du doch gar nicht Simon. Freilchen. Wenn du das mal wirklich kennst. Ja. Dein? Ja. Der wird nicht so viel Freilchen gestanden. Wie darfst du es noch? Ist das ein Schmarrn? Sonst Freilchen? Das ist bald recht. Okay, da will ich jetzt ein Koffein, ich gebe ein, aber ich gehe noch mal. Ja. Du darfst es noch nicht mehr. Wir werden auch nicht besser, wie es immer. Wenn der ausgefliegen ist, oder jetzt? Jetzt sehe ich auch nicht besser. Ich sehe nicht, aber das ist ein bisschen dahinter. Verdammt. Das ist ein pfoll. Was machst du denn? Nein! Das gibt es nicht! Der ist dieses Herzscherz. Macht du Schmerzen? Nein, der wirklich. Ist es gut. das hier nächste haben wir noch lange da haben wir noch mal einen wächter Strahl da haben wir ja keine Dinge machen was? das ist echt was es gibt aber wohl meistens so Blumenbaum da, was der war Das ist Pukesomniot. Boah, da hat er sich ja auch noch mal geschockt. Also mit der Thera-Mette und du wieder an der Rede, das ist das Beste. Das macht schön, dass er noch nicht mehr. Ja, das fühlt man schnell an. Ich dachte, ich hab's gespürt, dass er schießt. Und da wieder. Wie willst du dann gut schauen? Innen dringend. Ja, das fühlt man nicht. So, und wenn du jetzt noch ein Kopftiv gemacht hast, dann... ...dann wird die Schärfe durch den Schaden. Was ist denn alles? Ich hab nichts gesehen. Was ist das, was ich noch nicht gemacht? Jetzt gäbe ich so einen heilen Sieg mehr. Oh, oh, oh. Aber von wo? Ja, wir haben gerade angefahren. Ja, das ist ja nul... 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 ...nul... Da hast du noch gerade angefahren. Das gibt's nicht. Jetzt, äh, es wird mir nicht auf den Rad gefahren. Ja, das ist ja nul... Ja, das ist ja nul... Das ist ja nul... Ja, ich mach den Tor, weil ich weiß noch, was du bist. Ich sieh mich schon. Okay, das ist... Du hast den ganzen Bildschirm. Ja, das ist ein ziemlich schlechter Ding für mich. Ganz ehrlich, das ist ein ziemlich schlechter Ding für mich. Weil du musst den Rad auch verloren. Du musst irgendwo am Rand von dem Voneinander eingammeln und... ...und schau, ob sie irgendwo einen ziehst. Du müsst ihn noch nutzen niesen. Ja, das war so der, was du hast. Sind das, was du in den Hafen geredet oder nicht? Ja. Jetzt hab ich gerade endlich mal PR gehabt, weißt du schon? 1 Sekunden bevor du gekommen bist. 2 Sekunden bevor du ging in den nächsten Voneinander fährst. Nein! Oh, das ist geschloss. Jetzt ist geschloss, dass du bist und das erst gemacht. Oh, der letzte Mal zu kurz neisen. Das krieg noch schon. Ich hab' noch nicht, aber das ich versteh'. Da denkt der euch, der drum ist schon drin, was. Ah, da kriegt man die Auge. Ja, das gehört auf die Auge. Aber man muss die Dämonen, weil es sieht. Mit den Euskern, was du leicht hast. Ja, da kriegt man die Auge. Nein, oder? Ich bin rübergekommen. Ja, aber was tut da noch schnell aus? Ach so, ja, da ging schon mehr. Ja, also mit den Dingen bist du immer mit der Bier. Ja. Vor allem, wenn wir das Euskern zwingen. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, also ob ich nachkommen bin. Ja, ich will nach... Vor allem, wenn man unsichtbar ist. Dann ist der Garten. Ja, ich hab sie gesagt, unsichtbar ist Null. Ja, ja, ja. Das ist ja nicht der Schmuck. Ja, das ist ja nicht der Schmuck. Das ist ja nicht der Schmuck. Ja, das ist ja die Schmuck. Ja, das ist ja... Kann ich wieder nehmen? Das ist ja eine Schmuck. Name der Radar, das ist nix von mir und was nix von mir ist sicher nicht. Wieso fühl ich die Tüte damit? Ich will denen noch einen Scheiß erzählen. Ich brauche es dann. Ich brauche es gut. Dann kriege ich es auch von einem anderen. Ich brauche es nicht mehr. Das ist ein schöner Campingplatz. Wir wollten, wie es hier kommt. Von 8-Zahn. Du bist schon wieder lassen. Du bist schon wieder lassen. Ja, fast. Dann werde ich gar nicht mehr was nicht mehr machen. Nichts. Ich brauche es immer noch. Ich habe es gleich schießen. 0. Ich hab' mir jetzt da oben erinnern, ich scheiß mir ein bisschen die Dinger mal auf die Arbeit. Ich hab' sie fixen aber mal, ist das schlecht. Oh, ne, ist wohl nicht. Scheißbäum hab' ich aufgehalten. Hm, der war wirklich sogar. Naja, in der haben wir größte Echnerstrahl ist besser wie nix. Hm, und da hat er noch ne gewisse Distanz. Oh, ne, ich sag' ich hab' das noch nicht. Boah, fuck. Oh, das war doch noch ne! Ufff, ufff, ufff. Ich habe es ihm gebraucht, was er sich für jemand? Ich habe es ihm einen Mögel gebraucht. Ich habe es ihm gebraucht. Das ist ja auch der Mögel. finde ich es gut. Ich habe es nicht mehr. Ich habe es mir gebraucht. Das ist ja auch nicht mehr. Ja, das ist es, wenn es leicht ist, leicht, 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 ja, was weiß ich. Kannst du noch mehr Leute sagen? Oha! Ja, da zückt uns auch so dieser... Rutscht mir da an oder wo ist er? Ich hab keine Kontrolle mehr gehabt, das ist mein Charakter immer. Das ist auch nicht rutscht in dir. So, ich zeige. Ich hab keine Chance. Ich hab Glück gehabt, weil das hätte so ein Gebot, glaube ich, abgeschossen. Ja, ohne zu liegen. Oder nicht? Was gibt's denn noch zu? Ach, geh! Ach, geh! Ich dachte, ich sollte erst im Jimmy kommen. Was habt ihr halt beim Kupen vielleicht? Warte, komm ich ins andere. Ich muss halt dann mal wieder die anderen. Ah, scheiße. Wie ist das denn? Ich muss halt nicht mehr als die anderen. Wie ist das? Ja, ich muss halt nicht mehr als die themed Sind. Wie ist das denn noch? Oh Gott. Man nimmt Zauber die Hohes, oder? Oh. Oh, das ist ja immer gut. Scheiße. Okay. Was bleibt vorher jetzt? Hä? Wo? Oh? Ja. Irgendwann nicht mehr oben die Map. Komm schon ganz. Schade. Oh ne. Und dann mal kannst du jetzt jetzt ins Bett? Nein, aber ich hab jetzt nicht mehr. Zwischenmal haben wir jetzt hier. Ich bin wohl ganz nie mehr ins Bett. Nein.